Und willkommen zu einem neuen Kinky Online Let's Play. Ich bekinkt wieder dein Minus für Kämpfe halt in der Schlacht. Wollkinkratzer mit dem Lali-Doh, der neben mir sitzt. Hallo, ich bin auch mal wieder dabei. Ich war ja ein ziemlich langer Aussitzer. Ja, danke. Mir gibt's auch nichts zu erzählen. Fangen wir an. Jo, aber zum ersten Mal das Indro... Ich hab's auch nicht mehr gesehen. Ich hab's auch nicht mehr gesehen. Ich hab's nicht mehr gesehen. Schwarzfragen, die mir gibt. Ja, bleibt mir auch eins zu dieser Map zu sagen. Einfach hammergeil. Supergeile Map. Und wie gesagt, beste Map ever. Also hier, diese Schlacht, auch hier, fällt allgemein nicht so, aber... Warte ne, die ist halt so klein und... ja. Okay, drei, zwei, eins... Okay, drei, zwei, eins... Und jetzt geht's wieder über die Kabel. Ähm... jaaaa... Wenn euch das Video gefällt, dann Daumen hoch. Wenn euch das Video gefällt, dann Daumen hoch. Weil es euch ganz gut gefällt. Schreibt mir über ein Abo. Ehm... Ja, wenn euch das Video gefällt, dann Daumen hoch. Ja. Ja. Ja, das ist total... Ja. Das Video gefällt, dann... Ah! Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich fand's dir zufrieden. Dieser Kai schubst mich die ganze Zeit runter. Wenn er einen YouTube-Kanal hat, auf jeden Fall Daumen runter, so'n Pisser. Nein, das macht keiner runter. Der schuss mich die ganze Zeit runter. Er glaubst, den sollte man nur auf die Qualität des Videos achten. Dabei dann Daumen runter und Daumen hoch. Boah, ich geh gleich ins Gegner-Team und kill die die ganze Zeit. Scheiße, scheiße, scheiße. Das war schon gut, das war so tatsächlich irgendwo. Der ist voller Tracker. Ja, fick dich! Wer, 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 wer? Ich fühl so'n Arsch, Alter. Wer kommt her? Du vielleicht? Nein, ich fühl... Bitch. Was davon? Ja, 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 nein! Scheiße, was hab ich gestern mal geschafft? Mir so eiskalt runter. Und dann fickst du dich auf den Dorf und dann abkühlen. Abkühlen, wegkühlen. Drei, ZU, EIN! Ähm, ja, what the fuck was daaaannnnnnnnnnnn! Da war grad unten zum Spaß-Spaß-Spaß... Zatsache wieder der Drucker hier? Ja, wächst ein Doppel-Vorant-Zong! So verdient ein Doppel-Vorant-Zong! Wächst ein Doppel-Vorant-Zong! So verdient ein Doppel-Vorant-Zong! Das muss ja noch sein. Ja, ich kann alle was mit Schatz abzuhauen, ich darf ihn einschauen! 80er Jahre, tschau! Gut, so wie man es weg ist. Ja, natürlich, hat auch nichts gemacht. Oh, nein. Einfügen, und jetzt? Boah! Fuck, Alter! Den hat mir erst noch einen Kinderberg gesungen, so und so! Schau, wir haben einen der 54 Kills, und ich bin der dritte Drucker, der mich vorher gekillt hat! Ich bin der drittbeste! Oh, voll! Ja, aber wieso kriege ich noch 64, Alter? Ja, freu dich doch, alle! Ja, ich freu dich auch! Bist du raus? Ja! Ja, Kais hat das Schlachtfeld verlassen! Schau mal, jetzt ist unser Hauptziel da vorne, dieser Turm! Ja! 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 Du kommst dann, da denkst du irgendwie mal etwas zu・・! Ja! Ja! Mit Atom... Mit Atom. So, jetzt drag dich rein. Komm! Ich bin jetzt aber auch noch... FIX DICH! FIX DICH! Wie gutes Deutsch. Warte, mach dir ein bisschen. Sorry. Ja, das kotzt mich grad voll an. Der druckt da und druckt und druckt und druckt. Und dragt's. Ja, und der Knall... Jetzt ist der schon... Der ist doch nicht wohl der Arsch! Der ist ein Führer... Alter, blau ist ein Führer mit 20 Kills. Ja, weil das ist ein 1, so... ...druckt. Wie ist denn der? Wie ist denn der? Wie ist denn der? Ich bin jetzt grad voll in der gegnerischen Base. Ich pick den jetzt hier alle weg. Ich bin jetzt grad voll in der gegnerischen Base. ... Scheiße, mein Greck ist weg. So! Ähm! Ähm! One shot! One... One shot, danke! Oh, danke! Kaufen wir mal schnell. Ein... ähm... Haier. Genau, das mach ich jetzt auch. Wenn du mich adaptiert... ...attack... ...attaktiert, oder wie das heißt. Attaktiert! Attackiert! 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 Jetzt hab ich's... Jetzt hab ich's geschafft! Attackiert! Oh, das war der Erste, der's geschafft hat! Fünf, der ist... Und jetzt hab ich schon zwei Kills. Und wo bin ich? Oh, zweiter Platz. Ja, das ist okay. Ich bin zweiter Platz. Entschuldigung. Und der ist gleich tot, der Lulu Gamer. So, jetzt kommt mir auch mal schnell ein paar Bandskuss. Ach so, schon mal. Jetzt gibt's... Oh Gott, glaub ich, so ein neues Teil. Ähm... Okay, da hab ich Verbandskäste bekommen. Nee, ich kaufe mir grad zum ersten Mal Verbandskäste. So, wenn das nur... Ja, weil ich eigentlich Verbandskäste hasse. Weiß einfach übelst da drauf ist. Jetzt gehen wir mal da drüber, hier. Bitch. Komm hoch, Bitch. Es ist meiner! Ja! Bäm! Dix dich, du Lappen! So, abgerechnet. Keine Ruhe zu mal. So ein Dreck. Alter, die killen mich hier nur noch. Hier ist auch wohl nix. Dreckt da? Der Lulu Gamer... Ey, du hast ein tolles Mal einen. Die nehmen hier da oben an. Ich kann jetzt mal die... Ach, schlöcher. Okay, der Dreckt der Lulu Gamer. Ich geh hier einfach mal irgendwo Amine hin. Musst du das auch mal machen. Ich bin der Niesner. Ich bin der Niesner. Ist nämlich our Riebeer da seitdem ich grisch geschehen. Einmal heilen. Einmal heilen. Einmal heilen. Komm, den Nolo-Game habe ich auch heute geput gemacht. Komm, verzuch! Ey, ich schub sie jetzt gerade alle. Hast du vom Unfall gehen müssen? Ah, Kappe. Ach, so eine Kappe. Ich hab Sky. Das ist der scheiß Sky. Ich fühl's dir noch zu 20. in diesem Video. Bis jetzt habe ich noch keine neuen Anfragen. Ach, Mann, ich bin froh, wenn ihr mir eine Daumen in der Neuen vorgeschickt habt. So, wie ich hier bin im Game. Wenn ihr jetzt einmal ernst habt. Ist wirklich so. Schon mal die neue Anfragen. Schmann. Ey. Und die Hälfte davon. Und die Hälfte davon. Wird mir angefragt. Ist klar. Als ich noch über die gespielt habe. Also wirklich. Ich hab schon einen Haufen gelöscht. Wirklich. Weil mir das mehr von Ihnen füllen. Ja, mir kann schon passieren. Ich schnimm wieder auf. Hä? Hat einfach gewechselt. Ich bin wieder. Lalalalalala. Lalalala. Lalalalalala. Lalalalalala. Lalalala. Lala. Darkface. Minicam Shopping. Ui, 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 bei mir wachs grad voll. Ui, 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 ui. Scheiße! Scheiße! Das war ein kompletter Druck! Oh, wie der sich aufgeregt hat, vor allem den Studium untergeschoben hat. Ah, Fick, das wäre schön, mein Typ! Ist doch richtig jetzt! Ich komm! Was denn? Ich darfst voll den Spaß machen. Ah, Sonntag! Yay, hallo! Ja, Spaßchen! Er hat die Antwort geschickt, sagte er. In hier! Ja. Alter! Bäm! Ich habe die Eiskalle weggebounced. Wenn ich was hasse, dann ist es, wenns backt. Mh! Mh! Oh, das stimmt! Backen kann doch, ähm, gut sein! Nein! Mh! Doch, wenn... wenn du... wenn nicht... Aber warum nicht das mal langsam? Ja, ich... ich bin gleich... So, hier sind wir wieder! Hallo, hallo, hallo! Oh, da ist der Arsch wieder! Meine Mhine! Fick dich, fick dich, fick dich! Mh! Mh! Schau, wie geil das aussieht! Das ist geil! Haha! Könnt ihr alle weg... Wegmachen? Ähm, okay... Da ist doch ein Schaff da? Ja! Oh, dann drag ich... Dann drag ich auf! Ja? Ich hab mir das ganze Teil... Oh, sonst ist mir nichts. Du brauchst nur das Rockbox nicht. Und nein, jetzt sind zwei Dragger. Ja, ich weiß nicht. Komm gleich. Das ist der eine Arsch! Stell dir nicht! Nein! Mh! Mh! Komm, komm, komm! Achtung! Das nehmt jetzt! Schaff da! Ja! Schaff da! Ich wollte den nachher wegbouncen! Oh, wichs dich, Alter! Ach, gibts! Ach, gibts! Also, Dreck, Alter! Dick, dick, Mann! Ich geh... Ich geh nochmal raus und wieder rein. Jetzt ist dein ganzes Schlachtfondus weg! Bitte! Wunderbar, vielleicht kann ich jetzt Bloating machen! Ähm, dann kriegst du... Ach, bist du voll in der Arsch, Alter! Ich komm hier wieder! Ich weiß, was noch cool wäre, wenn, ähm, Atom nicht auf Zeitbegrenze, sondern auf Schüsse. Zum Beispiel, wenn du jetzt druckst, dass du vier Schuss Atom hast... Boah, das wär geil! Boah, das wär geil! Boah, das wär geil! Komm, wieso? Was ist das für ein Tor? Drei Schuss in der Bannack? Die Bannack? Geilen Donner? Ich mach jetzt Donner! Mach Donner! Heilung, 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 Heilung! Ich mach Donner mit Rollnetz, das ist geil! Und dann noch mit Drax. Boah, das ist irgendwie richtig kaputt. Das hol ich ja mal aufwärts, bin ich gerade ein Platz hier! Und elf Kills! Ich bin Zweiter! Hey! Okay, und Drax. Drax hatte ich auch schon. Erstens waren wir Drax immer richtig schnell. Guck mal! Hey, du Wegshall, weg doch mal! Dein Ure! Hahahaha! Weiß ich hab keiner tun mehr, WTF? WTF?! Ey, ich hab mich selbst verletzt, das ist so geil. Hacker 2014. LOL! Ich hab auch 2014 auch gepasst, aber bin schon Dislevel. Also von daher, ey Leute, das ist der Beste. Halt die Fasse! Nein, ich bin der Best-Ever. Ever, 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 ever. Ever, ever, ever. Ever, ever, ever. So ein Dreck, Alter. Bei mir lehrt gar nicht der Laptop. So ein Arsch, Alter. Der hat sich der wirklich sehr fremd. Ich bin bei mir. Wach, kack drauf. Ich kack auch drauf. Hey... Wo ist das schon wieder? Hier schon links. Ok... so... ja. Ich würde wieder links. So, 17 Minuten. Ja, dann müsste es einfach durch��고 sind. Ist das Kai? Kai, Halli. Ich hab den Kai nicht gerade gekillt. Äh... Wer hat Buk zum Sch... Wer hat Buk zum Skypen-Buk. Dafür kenn ich dich jetzt. Mit deinem Schaute... Ich hab auch schon eine Idee. Mit deinem Untergelegen... Ihr könnt das mal noch schaffen, ne? Schon mal wie viel Tanz wir es schon haben. Wenn wir uns jetzt zusammenreißen, könnten wir die anderen noch bleiben wollen. Alter, ach da ist der! Es ist nicht so möglich, solange hier ist noch möglich, ne? Und hier ist noch möglich, ne? Komm, Snipe schnell, okay? Du musst gut snipen können. Boah, der Nachzeug hier mal wieder bis ab, okay? Ja. Oder machen wir dann noch ein Let's Play? Bei World of Tanks? World of Tanks mit einem Let's Play? Ne, das kommt halt auch raus. Oh, Satsi. Ne, doch nicht Satsi. Mom... Dad... Mom 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 Dad... Das ist ein bisschen kompliziert, Mom Dad... 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 Mom Scheide. Bist du für ein Scheitspruch? Ich sage, wo schliegt du der Wadda zu. Das kann man vergessen, das schaut man aber doch jetzt. Schau mal, was ich geschrieben habe. Oh Gott ey. Der Wärsling. Schau mal, ich mache jetzt keinen Job. Oh, jebebe. Oh, was ist zu blöd, Allah? Ich auch muss doch. Und der schreibt doch, der hat doch Scheide geschrieben. Der wird's gar nicht tun. Aber nach dieser Flacht, hör mich schon mal auf. Ja. Abschneide Bitch. Okay. Das ist der Sekunde. Denn weil ich heute nichts mehr kriegen werde. Ha, ich hab den voruntergeschöpft. Ich spiel das mal. Und ich schaffe keine Hilfe mehr. Also dann, tschüüüüüüüüüüüüüüüüüü Üures erst mal so viel macht. Also dann, tschüüüüüüüüüüüü. Untertitelung des ZDF, 2020